Die große Schau in Berlin gehörte den Schupos. Es war die elfte Großveranstaltung der Berliner Bereitschaftspolizei und auch diesmal wieder war das Olympiastadion bis auf den letzten Platz besetzt. Ohne Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung fesselten die Schupos 100.000 Berliner im Stadion und nahmen sie auf angenehmste Weise gefangen. Untertitelung des ZDF, 2020